Das Thema heute für euch ist die Heizkurve. Die richtige Heizkurve für eure Wärmepumpe im Neubau. Und das Ganze haben wir untersucht. Wir haben nämlich einen Vergleich zwischen Nachtabsenkung und keiner Nachtabsenkung. Bleibt dran! Ich habe da ein schönes Projekt für euch rausgesucht. Und zwar ist ja wichtig, dass wir für diesen Vergleich erstmal gleiche Bedingungen schaffen. Ich habe also eine Doppelhaushälfte genommen. Beide Hälften sind gleich, hatten eine gleiche Nutzung und haben auch beide komplett gleiche Anlagentechnik verbaut. Den einzigen Unterschied, den wir jetzt machen, ich habe einmal, also die Heizkurve habe ich erstmal gleich eingestellt, aber einmal mit Nachtabsenkung und einmal ohne Nachtabsenkung. Um jetzt auch die Innentemperaturen aufzunehmen und mal im Vergleich zu haben, wie haben sich denn die Außentemperaturen verändert, haben wir in beiden Wohnzimmern solche Datenlogger installiert und eben außen für die Außentemperatur haben wir auch die Daten gelockt. Und da sind am Ende über 40.000 Messwerte rausgekommen. Meine Theorie, da gehen wir jetzt mal gerade genauer drauf ein. Ich habe da nämlich am Anfang erstmal was ganz anderes erwartet. Ja, wie glaube ich am Ende jetzt rauskommen wird? Um unseren Versuch jetzt genauer zu verstehen, gucken wir mal ein bisschen in die technischen Daten. Die Wärmepumpe nutzt die Außentemperatur und entzieht ja der Außentemperatur die Energie. Je wärmer es draußen ist, desto besser funktioniert die Wärmepumpe, desto höher ist die Leistungszahl und desto kälter es draußen wird, desto schlechter ist diese Zahl. Wir gucken uns das jetzt auch mal hier nochmal genauer an. Zum Beispiel bei der D06 und zwar hat die hier bei einer Außentemperatur von plus 7 Grad und 35 Grad Vorlauftemperatur eine Wärmeleistung von 4,75 bei 1,03 Kilowattstunden elektrischer Leistungsaufnahme. Das ist ein Verhältnis von 4,6, also ich bekomme das 4,6-fache an Wärmeenergie, wie die Wärmepumpe an elektrischer Energie aufnimmt. Also 4,6 ist das Verhältnis bei plus 7 Grad und dann mal zum Vergleich, bei minus 7 Grad sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da habe ich zwar immer noch 5,5 Kilowatt Wärmeleistung, also etwas mehr, was ja logisch ist, desto kälter es ist, braucht das Haus auch mehr Wärmeleistung. Ich nehme aber schon 1,96 kW elektrische Leistung auf, um eben diese 5,53 Wärmeenergie zu erzeugen. Dieses Verhältnis ist nur noch 2,8. Und diese Eigenschaft der Luftwärmepumpe wollten wir uns jetzt hier in unserem Vergleich zunutze machen, indem wir sagen, wir heizen das Gebäude tagsüber auf, weil tagsüber ist es draußen meist Plus-Temperaturen, auch wenn es nachts kälter wird. Und nachts, wo die Temperaturen runtergehen und die Wärmepumpe mehr elektrische Leistungsaufnahme hat, da versuchen wir eher die Speicherkapazität des Gebäudes zu nutzen und die Vorlauftemperaturen abzusenken, also diese sogenannte Nachtabsenkung, um genau dieses COP-Verhältnis hier zu nutzen, um halt noch mehr Energie zu sparen. Die Daten, was da jetzt bei rausgekommen ist, gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hier jetzt also die Auswertung der Datenlogger. Einmal habe ich hier in der blauen Kurve die Außentemperatur. Die hat natürlich schön geschwankt. Wir sind hier also irgendwo im Bereich von 0 Grad. Dann haben wir hier ein bisschen Plus-Temperaturen. Hier sieht man sehr schön, das wird wahrscheinlich auch hier schön, diese Tag- und Nachtphase sein, also wo es immer wieder hoch und runter geht. Und dann haben wir hier natürlich einmal die beiden Wohnungen. Da haben wir jeweils das Ganze in den Wohnzimmern positioniert. Man sieht also, die eine Gebäudehälfte hat immer mal so ein Grad mehr an Raumtemperatur eingestellt wie die andere Doppelhaushälfte. Dann habe ich hier in der zweiten Grafik den Verbrauch. Hier sieht man also sehr schön den Unterschied. Hier sind das fast gut, also das hier sind 50 Kilowattstunden Unterschied. Das war also die Messung nach der ersten Woche. Hier sind wir ziemlich gleich in der zweiten Woche. Und hier ist dann der Messpunkt nach der dritten Woche. Wir gucken mal hier, war ja der Verbrauch sehr gleich. Also obwohl die Heizkurven ja anders eingestellt sind. Wir haben ja hier die eine Kurve mit Nachtabsenkung, die andere ohne Nachtabsenkung. Wir sind hier irgendwo beim 5. Februar. Wir gucken mal, der 5. Februar war hier der Bereich von Plustemperaturen. Man sieht also, in dem Plusbereich ist der Verbrauch hier sehr ähnlich. Nach meiner Theorie ist es ja auch eher wichtig, wenn es nachts sehr kalt wird, wollte ich die Temperaturen nutzen am Tag für das Beheizen. Also eher in dieser Phase. Also hier sind ja niedrigere Temperaturen. Es macht sich hier also mehr bemerkbar. Das Verwunderliche leider, dass diese blaue Kurve hier ist die mit der Nachtabsenkung. Also hier, die blaue Linie ist die Haushälfte mit der Nachtabsenkung. Und die hat hier natürlich mehr verbraucht. Hier war sie sehr ähnlich. Da haben wir noch eine Woche abgewartet. Und hier ist der Verbrauch wieder hochgegangen. Dann habe ich an dieser Stelle natürlich gedacht, okay, wir müssen das Ganze miteinander vergleichen. Ich bin also hingegangen und habe am 12.02. die Heizkurven gleich eingestellt. Um dann wirklich nochmal so den Nullpunkt jetzt zu haben. Also Nachtabsenkung raus. Ab hier haben wir über einen Zeitraum von zwei Wochen beide Anlagen gleich eingestellt. Können wir auch wieder gucken. Ab 12.02. war das. Hat sich an der Raumtemperatur nichts geändert. Also die Gebäudehälfte hier, die so ein Grad mehr hat, hat auch hier weiter immer so ein Grad mehr geheizt. Also das Heizverhalten hat sich nicht geändert. Trotzdem ist ja was am Verbrauch passiert. Und zwar plötzlich hat hier die zweite Haushälfte etwas weniger verbraucht. Obwohl hier der Unterschied nur sehr gering ist. Jetzt muss man dazu sagen, ein Punkt, der noch beide Haushälften leider unterscheidet, ist einfach die Personenanzahl. Und zwar haben wir einmal zwei Personen ohne Kind und einmal zwei Personen mit Kind. Und zwar die zwei Personen mit Kind ist hier die orange Linie. Also die, die die ganze Zeit weniger verbraucht hat und die auch durchgeheizt haben. Als wir das Ganze jetzt gewechselt haben, ist also der Verbrauch des Zwei-Personen-Haushalts etwas unter den gekommen des Drei-Personen-Haushalts. Was ja logisch ist. Also ist das Fazit, dass das nicht funktioniert hat, hier diese COP-Zahlen und Leistungszahlen zu nutzen und eben nur tagsüber zu heizen und nachts nicht. Dieses Wiederaufheizen, diese Energie zum Wiederaufheizen, hat scheinbar mehr verbraucht, als wenn ich diese Temperatur einfach über diese ganzen 24 Stunden konstant halte. Das Ergebnis ist also zumindest im Neubau, wir haben hier einen Neubau, zwei, drei Jahre alt, ist es einfach wirtschaftlicher, die Wärmepumpe von der Heizkurve nicht abzusenken, eine konstante Temperatur einzustellen. Ihr könnt mal genau im Video gucken. Ich habe ja hier wirklich eine sehr geringe Heizkurve eingestellt. Ich glaube, es war 0,3, die ich hier eingestellt habe. Also eine geringe Heizkurve, durchheizen, ist hier das Ergebnis unseres Tests. Hättet ihr das gedacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr andere Ideen habt, was wir da mal testen sollen, auch bitte alles in die Kommentare. Ich fand es sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.